So, mal schauen, was ist Neues auf YouTube. Oh, Neues Video von Maggie. Oh, das hat aber gute Bewertung. Was schreibt er hier? Komm, will ich mal ein ASMR-Video machen? Das Ende war ja göttlich, was ist das denn? ASMR. Hä, was ist das? Was ist das denn? Hey, was kann ich heute für dich tun? Ja, ja stimmt. Du hattest uns gestern angerufen und meine Telefon. Ach du Scheiße. Genau. Du bist normalerweise da. Ach du Scheiße. Genau. Wir hatten dir gestern am Telefon schon gesagt, dass sie heute nicht da ist. Ach du Scheiße. Bis heute, Benni. Und wir werden noch ein bisschen. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Okay, ihr habt mich überzeugt. Hallo. Hallo Leute. Willkommen bei meiner ASMR-Stunde Nummer 1. Ich versuche euch jetzt etwas Vibratio auf die Ohrmuschel zu bescheren. Ich hoffe, ihr habt einen guten Tag. Ich hatte einen guten Tag und ich habe jetzt Hunger. so werde ich diesen guten Tag mit einer kleinen Schokolade ausklingen lassen. Ich beiße jetzt von dieser erotischen Schokolade einen Bissen ab. Und ich werde ihn auf meiner Zunge zergehen lassen und die sexy Schokolade meinen Hals hinunterwürgen. Und es handelt sich bei dieser Schokolade um eine erotische Mischung aus Chili und Sauerkirsch. Und weil sie mir doch etwas schief im Hals sitzt, werde ich sie mit etwas Orangensaft hinunterspülen. Gefällt euch das besser, wenn ich so leise und bedächtig rede? Oder hättet ihr etwas mehr Vibratio gerne in eurer Ohrmuschel zu spüren? Wie dem auch sei, ich werde jetzt erstmal einen Schluck trinken. Etwas Orangensaft. Das ist durchaus lecker. Und Leute, lehnt euch zurück. Denkt an den heutigen Tag, was ihr geschafft habt. Ihr wart produktiv, ihr habt euch etwas vorgenommen und habt es auch durchgezogen. So könnt ihr euch mit einem Lächeln auf Rosenbetten. So lasst uns darauf anstoßen, meine Freunde. Mein Getränk ist leider alle, aber ich habe hier noch einen Joghurt vor mir stehen. Der durchaus geeignet ist, um sein feuchtfröhliches Erlebnis zu zelebrieren. Ah. Es handelt sich bei diesem Joghurt. Um Stracciatella Joghurt mit erotischen Schokoflocken. Mit diesen Worten verabschiede ich mich und hoffe, es hat euch gefallen. Lasst es mich wissen. Und jetzt werde ich noch einmal meinen Adamsapfel, meinen hocherotischen Adamsapfel an das Mikrofon anpressen und euch mit etwas Vibration aus der Stunde entlassen. Und wir sehen uns. Ich habe euch sehr lieb. Guten Tag. Guten Tag. Tschüss. Schöpfe Vielen Dank.